Was geht ab, Freunde? Wir haben hier Tischtennisbälle und werden versuchen, mit den Bällen in diese Gläser zu treffen. Da ist Geld drinne und wo man reintrippt, das Geld darf man dann als Budget verwenden, um sich sein Essen damit zu kaufen. Aber bevor das Video losgeht, Mandys Kochbuch ist ab heute endlich draußen mit 102 leckeren Rezepten. Das sind auch ein paar geile Rezepte von mir, ist richtig schwer, mega hochwertig und die Sachen sind mega lecker. Ich habe alle selbst probiert, gönnt euch den ersten Link in der Videobeschreibung und jetzt geht es los mit den Werfungen. Viel Spaß. Shing, 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 Shing. Ich fang schon mal nicht an. Shing, 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 ich mach Bier. Shing, 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 ich mach Bier. Ja! Ja! Ich fang an. Ja! Nein! Ich habe nämlich meine Taktik, ich werde jetzt hier ein bisschen mit Backspin... Feste Taktik! Oh! Oh! Nein! Ist das nicht so hin? Oh! 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 Wer ist gut, dass du hier... Oh! Ja! 10 Euro! Was? 10 Euro! Was ist das? 10 Euro! 10 Euro! 10 Euro! 10 Euro für 10! 10 Euro! Oh! Da ist ein Teller drin! Oh! Oh Mann! Oh! 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 Boah! Ich gebe so ein Good Life, Leute! 10 Euro ist perfektes Budget für Frühstück! Wer der Tripp darf immer die Gläser umstellen, damit sie die anderen schwerer haben... Oh Mann! 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 Dann haben wir auch am Boa Phikou, da bist du definitiv currencies in deinen 3 Euro! Drei Euro! Was soll ich damit essen gehen? Ich hab leider den großen Behälter mit den 3 Euro getroffen. Für 3 Euro konnte ich nur das kriegen. Ich hab aber den größten Kaffee genommen den es gab, damit ich mäßig satt werde davon. Wie viel hat der gekostet? 2,80 Euro und ich darf leider nichts essen. Ich hab zwar nur 3 Euro, aber ich darf trotzdem die Gläser umstellen, damit Mandy nichts Gutes trifft. Ey! Ja, da war die großen Verstecker, ich lass es so, so ist es gut. Drin! Was? 30 Euro! Nee! Ja, Mann! Sie hat uns einfach auseinandergenommen. Beim Trickshot habe ich 30 Euro bekommen und hier ist es echt günstig, deswegen konnte ich mir richtig viel aussuchen. Das Wasser hat 1,90 Euro gekostet, ein Kuchen 3 Euro, der Käsekuchen 3 Euro, Brownie 1,50 Euro, der Bagel 3,50 Euro, dann ein Chai-Latte für 3,10 Euro. Für 2,90 Euro habe ich hier einen Ingwer-Minztee, für 4,90 Euro habe ich mir hier einen geilen Cocktail gegönnt und für 6,10 Euro gab es für mich auch einen Camembert-Cock. Wie hat sie die Preise gerade rausgehauen? Ja, Mann! Ich dachte auch gerade, Digga! Ja, insgesamt habe ich jetzt 29,90 Euro ausgegeben und darf mir das alles hier gönnen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich liebe diesen Bagel hier, den habe ich aber letztens schon, ich probiere auch den Cock, oder? Ne, das. Ich liebe diesen Bagel hier. Oh, wurde der warm gemacht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mh! Weißt du, wir trinken beides zusammen. Ja, 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 ja. Mh! 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 Digga! Oh, lecker! Mh! Mh! Alter, die Kuchen ist hier, ey! Oh Mann, wir sind hier immer Frühstück! Mh! Karottenkuchen, Leute! Das ist mein Lieblingskuchen! Mh! Mh! Schaffst du das eigentlich überhaupt? Ja! Macht kein Auge, ey! Als ob sie das schafft, aber ist machbar! Boah, da ist Remo! Boah, da ist Remo drin! Es mal bitte schnell auf! Ich will jetzt euch weg-trickshotten mit dem Nächsten! Ich will die 100 Euro beim nächsten Mal, da kann ich mir ein saftiges, mega heftiges, teuerstes Steaks haben! Träumen weiter! Digga, du bist einfach nur mad, weil du nichts essen! Scheng-Shan-Shan! Ja! Scheng-Shan-Shan! Ja! Oh oh! So Hunger, Mann! Nein, nein, nein! Der ist gut! Ja! Alter! Martin! Mal gucken, ob ich da drauf reinkomm! Oh ja! Ah! Ah! Warm hier drin, oder? Ich hätt' so ne dicke Poke-Bowl! Ich werd' so Pokey in diese Bowl machen! Jetzt ist aber gut hier! Oh mein Gott! Ich hab' 20 Euro getrickshotted! Das kostet 18,90 Euro, aber wir wurden so nett beraten, haben wir gedacht, komm, gönnen wir den 1,10 Euro! Digga, die ist so fett! Ich schwöre ungelogen, die wiegt 2 Kilo! Hättet ihr dafür 20 Euro bezahlt? Ja, mit Getränk! Fritz Cola Zero! Premium Lachs, Maishähnchen, Wakame, Salad, Ananas, Süßkartoffel, Brokkoli, Sushi-Reis als Base, Wasabi-Soße! Gleich rast dich aus! Absolut richtig krass! Du machst so als würdest du 100 Euro Essen essen! Da fängt mein Auge schon an zu zucken! Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, Leute! Ja, du sollst nix mehr sagen! Es reicht! Alle Zutaten hier sind so frisch! Also es ist echt mein Lieblings-Pokebole-Laden gewonnen! Ich hab's da nur einmal gegessen! Den Tipp haben wir von dem ersten Kevin! Da fahr' ich heute auch noch hin, trainieren! Vielleicht zeig' ich euch ein paar Aufnahmen! Wir trainieren wieder mit den Amas-Bändern! Links unten in der Videobeschreibung! So, wenn das hier abtropft, genau hier reinfällt, das klappt hier so hin! So ist jetzt eigentlich gut! Ey, ich werd' so ausrasten, wenn das hier reinkommt! Oh, drei! Ah! Guck mal, nein! Alter! Schreib's mal in die Kommentare! Mann! Nein! Es hat fast geklappt! Ja! Ja! Ich hab's genauso erklärt! Ja! 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 Ah! Mann! Ich hab zwei 50-Cent-Stücke! Zwei? Ein Euro hab' ich! Wow! Du weißt genau, was ich heute Morgen hatte! Kann ich dir auch beim Abendessen wieder zeigen, dass ich das mache! Ich hab' ein Euro, das kostet 99 Cent! Und ich glaub' was besseres werde ich mich finden! Ich hatte ein Euro Budget und schaut mal, hier ist der Kassenbeleg! 9,99 Cent hab' ich bezahlt für dieses Nuss-Nougat-Crosso! Und es ist leider nicht mehr warm! Ich hab' so Bock auf ein Steak! Für einen Euro hätt' ich mir auch ein Breakbar holen können! Denn aktuell bekommt ihr noch 45% Rabatt auf alles bei MyProtein mit Oscars-Code! Und da hätt' ein Breakbar nur 1 Euro gekostet! Aber MyProtein hat auch ganz viele andere, zum Beispiel diese neuen hier! Check die Videobeschreibung ab und vielen Dank für den Support! Jetzt wird er gespielt! Stopp, stopp! Ich darf auch noch die Gläser umstellen! Das stell' ich da hin, weil meins stand da eben! Wenn er das trifft, ist er gut! Der Rest sind nur noch Scheine! Ja, natürlich! Ja, die dicken Dinger sind noch gut hin! Okay! Die dicken Dinger hol' ich mir, ey! Mann, mein Herz klopft! Aber siehst du, mein Plan geht fast aus! Der Trick ist gut! Da muss ich jetzt anders werfen! Oh, Mann! Mann! Das ist nicht gut für mein Herz, ey! Geh doch mal rein, ey! Nix! Jaaa! 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 Das hat sich noch ein paar Cent angehört! Jaaa! 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 Wie viel Hunger hast du auf einer Skala von 1 bis 10? 100! Dieses Video macht mir so viel Spaß! Ihr müsst auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben! Einfach für Team Dodo! Weil! Wir! Wir! Haben! Rasiert! Geht den Strich an meinen Arme! 50 Cent! Ich werd jetzt richtig auf die Kacke kauen! Was auf jeden Fall kostenlos wäre hier so ein bisschen Eis! Nein! Danke! 50 Cent! Da geht mehr! Ich such mir den edelsten Tropfen für 50 Cent und besauf mich einfach, weil das Video keinen Sinn macht! Es fehlen noch 15 Cent! Zieht euch das mal rein, Freunde! 9 Cent! Über dem Budget! Juuuuh! Ich wollte den Chips machen! Du Blume de Gehen und nen Happy Hippo! Guck mal wie klein das ist, man! Für 49 Cent bekommst du hier so nen Fuß! Du magst doch Füße! Nein, ich will keinen Fuß! Ich muss das ganze Budget ausschöpfen! 49 Cent! Entschuldigung! Ich muss so lachen! Warum lacht ihr mich da? Das sind einfach nur 50 Cent! Ich glaube, dass Dodo gleich die 2 Euro kriegt! So wie er auch gemacht! Das ist ne geile Süßigkeit! Das ist Milky Way! Das ist lecker! Aber ein bisschen crisp! Ja, Mann! Das ist super lecker! Aber ich hab nur noch Hunger! Das sieht schon echt lecker aus! Das schmeckt auch so wie es aussieht, Leute! Zeig mal wie das schmeckt! Boah! Das schmeckt richtig gut! Jetzt kommen die fetten Beträge! Mit Ansage mache ich euch jetzt fertig, ey! Ich weiß schon, was ich mir hole! Ich träume schon von dem 50 Euro Steak mit Beilagen! Ohne reden! Schönen Vino, Alter, dazu! Machst du wein? Nein, aber ich würde euch nur das unter die Nase rein! Ich geh ins teuerste Restaurant der Stadt gleich! Nächste Runde! Jeder wird jetzt versuchen, diesen großen hier zu umgehen! Denn da sind nur 2 Euro drin! Und schaut euch mal an, wie viel Cash hier in den kleinen drumherum ist! Wow! Da müssen wir auf jeden Fall jetzt reintreffen! Damit wir richtig geil Abendessen können! Es gibt 2 Euro! Oh! Ich hole mir jetzt das 100 Euro Steak! Ey! Ich bin so hart! Let's go! Ich mach mir jeden Morgen 20 Liter Kakao in mein Gesicht! Für die Bräune! Und ja, ich wollte euch nur sagen! Trinkt immer viel Wasser! Und Cola Zero! Stay hydrated! Okay, Spaß! Komm! Das schneidest du eh lang! Schenk! 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 Oh Mann! Backspin! Was war das? Oh nein! Oh! Nein! Oh nein! Der ist zu weit! Ja! Oh! Jetzt ins Busse! Jetzt ins Busse! Wie alle so vorsichtig ist! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh! 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 Ja! Oh! Ich wollte doch mal! Oh! Ich wollte doch mal! Oh, Schatz! Das ist mir richtig lang! Zwei Euro! Mir nicht, Dinger! Jetzt habt ihr nur noch die guten, Mann! Yeah! Ja! Ich hab tatsächlich auch was für 2 Euro in der Pizzeria gefunden! Und zwar Pizzabrot mit Soße! Kostet 1,80 Euro! Ich bin mal gespannt wie mein 2 Euro Essen ist! Pizzabrot und Soße! Also ich finde das geht voll klar! Ja! Finde ich auch! Unter 2 Euro wirst du fast satt! Also wenn dann nicht satt, aber so Snack! Ich hab das Gefühl, die haben guten Pizzateig! Schau mal hier! Ist schön mit Mehl und so! Ich glaube aus dem Steinofen! Oh! Das sieht richtig gut aus! Hier mit Chili Dip! Boah! Deine erste richtige Mahlzeit heute! Das ist auch nicht mal richtig! Aber meine erste Reaktion ist echt überragend! Ein trockenes Brötchen mit Soße ist überragend! Alter, Junge 1,80, Mann! Ich bestell jedes Mal! Jeden Tag jetzt einfach für 1,80! Ich darf die umstellen! Ich muss Taktik machen! Ja, mach! Die tut dir ein bisschen gut, die fettes Kind! Ich stell die da hin, weil das ist dann unmöglich! Digga, wie lange stellst du das um? Ich steig schon mal für Teil 2! 18.000 Likes! Noch ist halt so! Und dann machen wir mehr Geld! Nee! Der war drin und wird wieder raus! Mann! Mann! Ja! Dreh! Wie viel? Ah! 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 Zieht Mann hier etwa die Jungs ab? Natürlich! Mit Ansagen! Bro, besser als ich! Sei froh! Aber das ist keine Kunst! Mein Budget waren 5 Euro! Ich habe hier Pizzabrüche für 4,50 gefunden! Aber leider hat das nicht mehr gereicht für eine Soße! Also muss ich trocken essen! Die sehen richtig gut aus, muss ich sagen! So schön als Schnecke geformt! Ich probier mal! Ohne Dip! Stimmt, ich habe kein Budget mehr für Dip! Aber wow! Schmeckt auch sehr gut! Ich finde die sehen echt lecker aus! Mh! Also! Mein eigenes Video bitte ey! Bei 10.000 Likes gibt es Teil 2! Ich muss die unbedingt fertig machen! Maulstopfen! Maulstopfen! So! Okay! Ich habe die Tabelle! Oh Mann! 15 Euro! Ja! Aber das ist gut! Mehr als ihr! Schaut euch mal an wie viel Geld hier noch war! Das haben wir noch nicht getroffen! Wir bestellen Pizza! Ich hatte 15 Euro! Und ich habe mir jetzt eine Pizza selbst zusammengebaut! Und habe dazu noch eine Cola Zero! Für genau 15 Euro! Okay! 5 Euro! Gib mal eins! 15! Und hier meine 2! Gut für dich! Alles gut! Ciao, ciao! Wendy hat Glück! Er hat eine große gebracht statt kleine! Ich habe gewonnen heute! Und zur Feier des Tages! Gibt es eine Pizza für mich! Und darauf habe ich keine Tomatensauce, sondern Sahnesauce gemacht! Willst du die Pizza so aufreißen? Pizza sieht heftig aus! Einfach über zu Käse und Rind! Und Käserand! Und auch so Steakstreifen! Das finde ich richtig krass, Mann! Ich hatte am wenigsten Budget! Aber ich bin der Einzige der Dip hat! Ich habe Todeslust auf diese Pizza! In meinem Kochbuch gibt es übrigens auch ein Rezept mit Pizza und Käse ran! Das ist eine sehr gute Überleitung! Oh, was haben wir denn hier? Oh! 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 Was heute rausgekommen ist! Für nur 29,90 mit 102 Rezepten! Richtig dick! Alle Rezepte Oscar approved! Ihr wisst, was für ein Kritiker ich bin! Und ich habe sogar eigene Rezepte reingetan! Jetzt kommt... Mmmmm! Mmmmm! Die ist echt lecker! Jeder gönnt sich jetzt hier noch sein Essen zu Ende! Mandy und Doda haben auch Videos gedreht! Die findet ihr jetzt hier im Abspann! Und es geht zum nächsten Video, wenn ihr in der Premiere seid! Schaut einfach in den Chat! Dort posten wir immer den Link rein! Für die, die nicht wissen, was das ist! Jeden Sonntag ab 10.30 Uhr Premiere! Doda hat ein Video gedreht! Mandy hat ein Video gedreht! Was hast du für eins? Wir haben mal wieder den Würfel bestimmen lassen, wie viel wir essen müssen! Über 300 Euro Video! Teil 1 hatte über eine Million Klicks! Und wir haben es genauso gedreht! Das wäre der zweite Teil! Das müsst ihr unbedingt sehen! Hier im Abspann und Link im ersten Kommentar! Die wichtigen Links! Schaut euch in die Videobeschreibung! Für die besten Rabatte von Amas und MeinProtein! Die wichtigen Links sind alle in der Videobeschreibung verlinkt! Haut rein! Tschüss! Tschüss!